Nicht vergessen, am Sonntag sind Wahlen in NRW. Oppe, oppe, haha, da stotter ich schon. Und oppe geht's nun SPD wählt, FDP wählt oder CDU wählt. Das ist alles scheißegal. Denn, denn im Endeffekt bescheißen die uns alle. Und da kannst du einen drauf lassen. In der Videobeschreibung, du, da findest du interessante Links. Musse mal gucken.